So Freunde, da bin ich mal wieder. Nach einer Weile Pause geht's mal wieder weiter, um ein wenig hier zu daddeln. So, was haben wir denn? Was haben wir denn? Sind eigentlich auch irrsinnig. Naja. Jetzt muss ich mich erstmal reindenken und reingucken, was jetzt hier alles irgendwo ist. Wir haben eigentlich alles eingenommen. Die Deutschen sind weg. Die sind ja alle irgendwo. Ich hätte irgendjemand im Krieg. Ne, gerade nicht. Bis jetzt ist alles gut. Und wir haben auch nichts weiter auszustehen, so wie sich das aussieht. Wir haben auch wieder Probleme irgendwie. Ich gucke hier nochmal kurz rein, ist auch alles grün. Also können wir einfach weitergehen. Wir haben jetzt ja auch wieder Handel aufgebaut, sehe ich. Ja. Jetzt haben wir hier noch, den können wir hier noch fischen lassen. Der, ja, was soll der denn machen? Den habe ich hier gebaut für, irgendwas habe ich auch bestimmt gesehen gehabt hier. Hier dann wahrscheinlich, was ist außerhalb. Das ist außerhalb. Das wäre innerhalb. Tja, warum habe ich den jetzt gebaut? Der kann auch zweimal, also da und da. Ja, dann schicken wir den einfach hier hoch jetzt. Sonst weiß ich es gerade. Genau. Doch, geht. Ich dachte gerade, mit dem Enter geht es nicht, aber es geht. Was sind eigentlich die Base dazu? Brauche ich das erst komplett? Nee, macht ja auch keinen Sinn. Ach, hier oben. Achso, der wird gerade repariert, deswegen. Stadtschnotfall. Silliman hat erobert, wir müssen dort wieder für euch. Nein, müssen wir nicht. Macht euch doch nicht unglücklich. Wir haben, wir haben ganz viel. Zehn Stimmen dagegen. Zehn Stimmen dagegen reicht. Hm, wie wenig es es nur noch gibt. Witzig. Und dann sind alle vernichtet. Hm, na gut. Ist ja gut. Keiner Stress kommt irgendwie. Okay. Witzig mal hier. Das ist ja fertig. Zack. Zack. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich hab die Öl aufbauen. Das ist aber der Handwerker da kassieren, die ich holen Die gehören wir nicht Die Breitschaft Was ist außerhalb, ja Ich muss ganz schön gucken, wenn wir jetzt hier, was sind jetzt außerhalb und innerhalb Ja Machen müssen wir jetzt hier aber auch nichts gerade, wenn ich das richtig sehe Bautechnisch ist alles soweit Ach doch hier oben Hier kann der mal hin Ist er fertig? Nein, läuft noch Der darf dann hier hoch Hier haben wir dann noch was Der Darf hier hin Das zeig ich jetzt einfach mal Genau Genau Dann jetzt hier den Jet Den kann man befördern Ja, super Handelswehrkapazität erhöht Den kann ich auch noch befördern, cool Ja, sehr schön Aha, aha, gut Okay So, können wir noch ein bisschen durch die Produktion gehen hier Rosa ist bestimmt wieder Ja, genau Lassen wir alle mal hier so ein bisschen rumgammeln Weil wir haben jetzt gerade nichts anderes Reaktoren Reaktivieren Reparieren Ja Alle die hier nichts brauchen, die brauchen halt auch nichts ne Da muss man auch nichts irgendwie rein zwingen Das lassen wir dann so Da sollte man nur daran denken, dass wir die Atomreaktoren wieder Reaktivieren, rekapitulieren und updaten und was weiß ich nicht alles Und ansonsten können wir schön auf Kohlenstoffabbau gehen Was mir auch einiges bringt Ähm Zuerst bei einigen Raume haben wir reparieren, ja Hab ich sonst alles? Ja Dann machen wir das doch Hier brauchen wir auch nichts erstmal Der braucht einen Wohnraum Ähm Plus 5 haben wir hier Was haben wir hier noch? Plus 5 Ja Dann nehmen wir das hier runter Theater Machen wir erstmal die Außenverteidigung wieder neu Der hat alles, der hat alles soweit Der braucht auch erstmal nichts Minus 9 Ja ist halt so ne Dann sinkt der halt wieder ein bisschen Aber das stört mich jetzt auch nicht So 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 Clean Berlin Ja Können wir hier auf Atomkraft umstellen Noch ein Wohnviertel gebaut gehabt Okay Das Gute, dass ich nicht so viel kriegerische Handlung jetzt machen muss, ähm, kann ich mich halt vollkommen darauf konzentrieren, hier alles auszubauen und wenn das dann fertig ist, dann kann man schön entspannt weitergehen. Deswegen sollte die Runde auch schneller gehen, gehe ich von aus Ähm, ja Die sind schon alle fertig hier, krass Die sind schon alle fertig hier, krass Die sind schon alle fertig hier, krass So So Ähm Wie viele Runden haben wir gesagt sind das noch? Vier Runden noch Ich bin im goldenen Zeitalter drin, das ist gut Hier kommen wir nochmal kurz England ist in Führung durch Wissenschaft Ähm Mondlandungsstart Da bin ich noch nicht drinnen Der ist noch drinnen, aber sonst haben die Nanotechnologie noch nicht das, was ich alles hier hinten habe, die beiden Die haben die beide noch nicht Oh, der schon Aha, okay Na gut Ja, gucken wir mal Hm Der Achille Ja, gucken wir einfach ob jetzt in der nächsten Runde noch ein Archäologe da ist oder nicht Und Wenn nicht, dann Holen wir den uns So Zack Der ist weg, oder? Naja Doch, der ist weg Brauche ich denn hier noch einen? Zeug zum abbauen? Naja Derzeit sieht das nicht so aus Hier sind noch welche unterwegs, also der darf noch hier hoch und so Ich kann das Teil noch abbauen und sonst läuft das erstmal würde ich sagen Ähm, ne Kriegst du nicht Ich hab hier schon mit Ach, das nervt mich echt Mit dem Weltraumprogramm komme ich nicht vorwärts, ne Ich habe auch bis jetzt noch keinen Weg gefunden, wie ich hier diese ganzen Spione irgendwo her werde Oh Schön Shit War das bei mir? Ah Wahrscheinlich, oder? So wie das aussieht Oh mein Ja Ach 2 Ne Ne 19 Runden kontaminiert Das ist nicht schlecht Kann ich mir auch nichts reparieren und so Hm Das ist natürlich schlecht gelaufen Das ist ganz schlecht gelaufen Na ja, gut Wo schicken wir den jetzt hin? Den können wir Den ist nicht mein Ist das mein Gebiet? Ne Ist gar nicht Trotzdem kann ich den da hinschicken, das wäre geil Äh, den schicken wir mal hier hin Ja Was darf der jetzt machen? Erstmal schicken wir die hier hin So Jetzt gucken wir mal wie die Anlagen hier alle aussehen, ob da irgendwas repariert werden muss Also das hier klar, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, da will ich andere Sachen dann später raufbauen Hier hin kann der Was mit dem jetzt? Der kann hier hin Hier haben wir noch was Gucken, dass ich hier vorne nichts übersehe Genau Also kann der das hier machen Der Jet kann in Bereitschaft sein Der hier ist jetzt Was hat der jetzt schon gebaut? Ah, hier oben ist noch was Sehr gut Und der kann jetzt hier noch bauen Achso eh, nur noch einer Der ist dann weg Zack Jetzt haben wir noch den Der kann auch in Bereitschaft gehen So, jetzt gucken wir mal Kanada Tja Ob die das jetzt waren oder nicht, das kriege ich natürlich nie raus Ah, hier ist auch noch ein Feld zum bebauen Hab ich hier dann noch einen? Ne, hab ich nicht Warum sind die hin unterwegs? Ja, der braucht ja da nicht hin fahren Der kann dann hier hin fahren Das macht mehr Sinn Tja, naja Wie muss man das als nächstes reparieren? Ab dem Ding zwar bei mir Ist jetzt nicht so wild So, gehen wir mal weiter durch die Produktion Istanbul Ich wollte sagen, Edirina hat Edirina hat doch hier Flugplatz Zeugs Wieso kann ich da jetzt hier nicht Dingsbums bauen? Mondlandung oder irgend so was? Projekt Zeugs Weiß jetzt gerade woanders läuft oder was? Die Frage ist halt nur, wo läuft das gerade? Ne, hier unten ist ja drauf gegangen Ach, hier läuft das, 13 Runden Das geht doch auch schief, ey Naja Wohnviertel würde ich gerne bauen, aber Das sind alles Felder, wo ich schon was drauf habe Also von dem her bringt, ist nix Theater ist genauso, ist alles dasselbe Also gehen wir auf Kohlenstoff Rückgewinnung Ankara, selbes Problem Hier können wir mal nix Ich frage mich aber warum die nicht verfügbar sind hier Aber die werden dann wahrscheinlich schon von der Oder? Das ist das Stadtgebiet Das geht auch nicht zu erweitern hier hin Das ist auf Maximum ausgedehnt Tja Also schön viel Wasser ist ja gut, aber Achso hier haben wir auch schon einmal So Na ja, wenn wir die Kohlenstoff Rückgewinnung So So Barbaranland Na super Gucken ob das klappt für nen Fernangriff Da bin ich gespannt Und dann muss ja hier unten irgendwo noch ein Nest sein von denen Sehr schön Gut Ja Warum sonst trotzdem nix weiter Also das ist hier, weil ich hier dran baue Deswegen ist das Ding auch gegangen, natürlich Tja, naja, aber daran muss ja jetzt erstmal gebaut werden Ich finde auch, dass sie ein bisschen zu oft und zu oft hoch gehen und zu wenig Laufzeit haben die Atomreaktoren irgendwie Würde ich mal so sagen Ich frage mich auch, wann du diese Gebiete einsetzen kannst und wann nicht Oder gewinnen kannst oder wie auch immer Oder Oder ob das halt einmal gebaut worden sein muss und dann ist okay und sonst halt nicht Oder Wie Oder wat Oder wieso oder warum Nein Das kann nicht sein Das kann nicht sein Wie Wie Die ganzen Atomreaktoren die ich hier jetzt wieder reaktivieren muss Na gut, muss ich ja nicht. Hätte ja noch warten können, aber muss ja auch nicht übertreiben. Man sieht ja, was draus passiert, wenn man Pech hat, ne? Und dann geht's wieder weg. Naja, ist halt so. Hm, Dortmund. Ja, ich weiß, ich hab da keine Linie drin, aber ist egal. Ich weiß nicht, nicht nur den Archäologen oder so, ne, der war noch unterwegs, ne? Ja, ja, der ist noch unterwegs. Okay, meiner, was darfst du jetzt machen? Achso, den hab ich da angeschickt. Ich wollte grad sagen, da ist noch gar nichts drauf gewesen. Warum ist da jetzt was? Hm. Ach, hier unten hab ich noch. Welcher war das jetzt? Der, ne? Der darf jetzt hier. Der darf hier. Was ist denn hier? Er hat er schon gebaut? Ja. Ähm. Tja. 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 Sieht derzeit so ein bisschen aus, als bräuchte ich den gerade nicht, wa? Ähm. Es war aber auch gar nichts drunter, oder? Plantage. Hier, da ist noch was. Welcher war das? Der kann... Ach, ich jetzt. Kann hier hin? So. Der nächste, der hier rumsteht. Hm. 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 Achso. Habe ich jetzt den falschen geschickt eigentlich? Nein, ne? Ich hoffe doch nicht. Ne. Der hat hier oben zwar alles abgebaut, aber es war... Also es war ein anderer, aber es war jetzt nicht schlimm. So. Jetzt auf jeden Fall alles. Machen unterm Tun. Hier, und da, da könnt ihr noch hin. Das ist eine kurze Runde heute, wa? Also die Stunde werde ich nicht mal vollkriegen, aber naja. So ist es halt. Was war? Hinten raus. Ja. Das kann man machen. Na, schon wieder. Hast du diese Spione, die dann irgendwelche Baban oder sonst was irgendwo hinbringen? Hm. Super. Ja, dann kommen wir doch mal. Hm. Schon wieder. Eins, zwei, drei, vier. Das sind alles die, die ich schon mal hatte. Wie mich das ankotzt. Ja, oder auch so. Das ist ja nicht wirklich was ich. Was ist das, was ich dafür noch nicht. Was ist das? Is das? Was ist das, was ich immer noch was, es war so, ja? Es ist mir so, was ich auch noch nicht so. Spy, wie ich genau nach dem nachdenken. Ich war aber nicht. Ich war so, wie heute aber heute in der Kontext. Vielen Dank. Tja, Mensch. Ist eigentlich die einzige Option, hier so einen Typ nochmal zu holen. Tja, dann muss alles wohl machen, wa? Tja, naja. Soviel dazu. Schade, schade, schade. Jetzt will ich mal kurz reingucken bei Kohlenstoff. Globale Temperaturen plus 1,5. Insgesamt 4.700 CO2. Ah, guck mal. Das ist ja geil. Dadurch, dass ich die anderen alle gekillt habe, haben wir nur noch so viel. Bin ich ja mal gespannt, ob das nochmal rückgängig gemacht wird. 1,5. Das waren vorher, glaube ich, mehr. 3,5 oder so. Keine Ahnung. Ist ja geil, wenn man das umkehren kann. Wäre natürlich ein witziges Feature. Aber müssen wir mal gucken, was daraus wird. Das ist ja geil, wenn man das umkehren kann. Hatte halt den Vorteil, dass ich die anderen Nationen eingenommen habe. Dadurch haben wir einen besseren Kohlenstoffhaushalt. Weil ich halt einfach genügend abbauen kann. Und dadurch für die gesamte Welt halt eigentlich was Gutes schaffe. Also ist meine Kriegstreiberei doch gut gewesen. Wobei man ja echt sagen muss, dass mir immer der Krieg erklärt wurde. Warum, weil sie immer noch nicht, aber wahrscheinlich, weil ich eine zu große Bedrohung war. Aber was haben sie jetzt ja davon? Ja. 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 Der Raumhafen ist noch am brennen, hier ist noch ein Raumhafen am brennen Tja Lass mich jetzt, will ich mal kurz was gucken Ja, ich könnte hier noch Wohnraum schaffen über Wasser Müssen wir mal gucken Also bei Städten die wirklich unbedingt Wohngebiete brauchen, da kann ich das machen Über die Neubauten quasi Kann ich mir da noch was holen Ja 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 ist glaube ich weg, ist glaube ich weg, genau. Vielen Dank. Ich habe 0. Okay, naja, lassen wir den da mal fighten, das ist okay, das ist ja schlimm. Ich kann dir das ja schnell einnehmen, die drei Dinger hier, aber wozu? Ich kann dir auch eine Atombombe raubschmeißen und noch eine andere. Das ist natürlich hier bescheiden. Oops. Oops. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Shhh. 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 Ist jetzt natürlich uncool, dass er mir den hier wegnimmt, aber naja. So, was haben sie mir denn weggenommen? Kann ich grad nicht gucken. Äh, ha. Mal gucken. Atomkraftwerk. Okay. Börse. Ja. Börse. Ja, okay. Die kann ich alle so reparieren. Ja. Okay. Der hier darf, was darf der denn jetzt machen? Soll sich bewegen? Ja. Ja. Warum macht er das nicht? Warum wird der mir als Dingsam gezeigt? Hm. Versteh ich nicht. Hm. Ach so, der kann hier oben jetzt noch. Zack. 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 Ja. Ich ist da wohl. Aber ich habe trotzdem die Null stehen. Genau. Sehr gut. Ach so, weil das hier die Börse ist von dem dir belagert. Okay. Hm. Die Olle kann ich gar nicht so holen, weil die kann ich nur über... ... und so war's. Da war's. Hm. Ja, okay. Vielen Dank. Dann ist das alles wieder verfügbar, wenn das Ding gebaut ist und dann soll mir das recht sein. Das war jetzt nicht der beste Weg, aber was soll ich machen? Das fand ich cool, dass du bei den anderen noch irgendwie so auf Auto gehen konntest und dann das automatisch produzieren kannst. Ist aber gut, wenn du jetzt hier immer das Atomkraftwerk dann wieder mal reparieren musst und so, dann geht das wahrscheinlich schlecht. Du musst halt immer mal gucken, aber das hält halt so ungemein auf. Das muss man halt auch immer sehen. Das passt. Dann können wir jetzt hier wieder in eine heilige Städte mit plus 1, einen Campus mit plus 1, Theater plus 1 oder, ja, dann machen wir das Theater plus 1 und... Ist mir egal, ob Verluste oder nicht. 1 plus 1 plus 1, dann fangen wir jetzt hier hin. Zack. Hier können wir auch noch was bauen. Campus plus 3. Plus... Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, der bringt mir ja auch was, der ist ja nicht nur... Achso. Kann mehrmals abgeschlossen werden, dann bringt Punkte für den Punktsieg. Gewährt all euren Städten bei jedem Abschluss plus 1, Produktion für Stadtprojekte. Genau. Ja, dann machen wir das. Ja, dann machen wir das. Ja, dann machen wir die Runden. Ja, genau. Flugplatz habe ich da schon. Heilige Städte. Plus 2. Campus. Plus 2. Ja, machen wir den Campus hier hin, wa? Ja. 46 Runden für den Raumhafen reparieren. Aber der hat eh keine Atomkraftwerke oder irgendwas. Also wäre das jetzt nicht so schlimm. So, rum. Industrie plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Wie kann man das hier hinsetzen eigentlich? Ja. Heilige Städte plus 2. Campus plus 4 hier oben. Theater. Also wird es der Campus. Was wird dann entfernt? Nix. Bauen auf, genau. Zack. Zack. Okay, der beruhigte, der beruhigte jetzt Wohnungssituation. Nürnberg. Soll ich mal kurz gucken? Ah, sehe ich nicht. Aber das ist hier überflutetes Gebiet, würde ich sagen. So wie das aussieht. Also holt er das nicht mehr zurück. Und das restliche Gebiet ist einfach nicht zu überfluten. So. Und. Ist nicht auch überflutet. Ja. Mhm. So. Also können wir hier auf das gehen. Ähm. Mhm. Ja, wenn man so eine ganze Runde durchklicken will, hier mit allen Reparaturen und allen möglichen, vergeht schon eine Menge Zeit, muss ich sagen. Sieht man jetzt erstmal wieder, ne? Also ich klicke jetzt, glaube ich, hier schon knapp 10 Minuten rum, um alles halt hier irgendwie so ein bisschen hinzukriegen. Tja. So, und dann bin ich jetzt durch. Äh, ich mache jetzt hier den Break. Ähm. Ja, und dann werde ich morgen nochmal ein bisschen zocken. Ja. 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 Na ja. Ich danke euch wieder mal fürs Zuschauen. Äh, es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann dementsprechend morgen wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Tsch, managers. advisors. S, T, 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 T Vielen Dank.